Ja, auch euch allen einen schönen guten Morgen, auch an die Kirchengemeinde, die virtuell dabei ist. Es ist eigentlich auch so als Videokonferenz eigentlich auch angedacht gewesen. Es gab auch eine neue Variante, dass man das sozusagen nur veröffentlicht, die Namenslisten in den Blättern, Verbandsgemeindeblättern und auch da nochmal für Wahlen aufruft. Das hat uns jetzt soweit nicht ereilt. Ich finde es auch wichtig, dass wir der Gemeinde mal ein Stück weit zeigen, was wir gemacht haben in den letzten fast sechs Jahren, was wir auch noch an offenen Punkten haben, die wir weiter betreiben wollen. Ich finde, das gehört einfach ein Stück weit dazu. Es wäre jetzt nett, wenn jemand die Powerpoint mit weiter drücken könnte. Vom Ablauf hat ja, wie gesagt, ich möchte gerne ganz kurz mal einen Abriss geben über das, was der Kirchenvorstand ist, welche Aufgaben er hat, was wir, wie gesagt, erreicht haben und würde dann die Kandidaten bitten, sich jeweils nochmal ganz kurz vorzustellen. Wir werden auch einen Gemeindeprief nochmal veröffentlichen dazu, wo jeder auch nochmal die Möglichkeit für ein ausführliches Porträt von sich selber hat, um eben auch für als Kandidat gut zu kandidieren. Die Aufgaben des Kirchenvorstands habe ich hier nochmal kurz aufgelistet. Also, dass die EKN, und das macht uns als Kirche auch, glaube ich, besonders aus, eine Kirche von unten ist. Das heißt, sie wird gewählt, von den Gemeindemitgliedern wird der Vorstand gewählt, der, der die Arbeit verantwortet. Wir haben als Kirchenvorstand, wie es hier steht, weitreichende Befugnisse und leiten gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern eben die Geschicke der Gemeinde. Was tut der Kirchenvorstand eigentlich? Weil viele so auch gar keine Vorstellungen davon haben, was machen die, wie geht denn das so? Die überwiegende Arbeit findet, glaube ich, in den Sitzungen statt, wo wir beraten, Themen beraten und Beschlüsse fassen, die dann in eben aktive Arbeiten umgesetzt werden. Wir beschließen den Haushalt, verwalten die Finanzen. Wir beteiligen uns aber auch persönlich immer aktiv an den Gottesdiensten. Das heißt, wir haben hier auch Pflichten oder auch Dinge, die wir gerne tun, wie denn die Lesungen zu unterstützen. Wir haben die Kollekte zu zählen und unter aktuellen Bedingungen übernehmen wir auch den Hygienedienst. Wir haben eine große Anzahl von Ausschüssen, die sehr, sehr aktiv arbeiten, uns in der Arbeit unterstützt. Wir unterstützen uns eben somit gegenseitig in der Arbeit, sei es der Kindergartenausschuss, der Gottesdinsausschuss, Diakonieausschuss, Ökumeneausschuss und einige andere mehr. Wie schon gesagt, der Kirchenvorstand verantwortet die Finanzen und die Gebäude der Gemeinde. Wir sind auch der Ansprechpartner für die Gemeindeglieder, für die Kommune, für die Kirchenverwaltung. Wir sind auch Arbeitgeber und damit auch zuständig, unter anderem für die Kita Morgenstern. Als ich unsere letzten Sitzungen mal so durchgegangen bin, welche Themen hatten wir denn überwiegend? Das war einmal so die Planung des Jahresverlaufs, sprich, wie finden die Gottesdienste statt, wann ist eine Dankgottesdienst, wie feiern wir Konfirmation, wann und wie findet das Gemeindefest statt, wie feiern wir sonstige Festtage? Über die Kollekten werden beraten. Wir sprechen auch über das Gemeindeleben, beispielsweise die Veranstaltung des Ökumeneausschusses, die Vorträge. Das wird bei uns gemeinsam beraten und abgestimmt. Die Kita Morgenstern nimmt aktuell noch einen großen Raum ein mit Personalbeschlüssen. Über Öffnungszeiten jetzt auch unter Corona-Bedingungen wird beraten. Das Konzept wird abgestimmt, das Leitbild. Auch das ist eine unserer Aufgaben. Nierstein zeichnet sich durch Baumaßnahmen aus. Die, die länger schon dabei sind, können noch ein paar mehr aufzählen als ich. Als Vorletztes hatten wir den Umbau des Johannes-Busch-Hauses. Jetzt aktuell wurde die Wehrmauer saniert und der Kirchgarten neu gestaltet. Die Ausschüsse beraten, wie gesagt, Themen vor, bringen eigene Ideen ein. Und diese Ergebnisse werden eben auch bei uns im Kirchenvorstand beraten. Ich habe dann mal so ein Sitzungsfoto mitgebracht, dass man mal sieht, wie das physisch aussieht. Und dann nochmal einen kurzen Überblick, wie gesagt, über die Themen, die wir hatten. Und auch diese Liste ist nicht vollständig. Umbau des Johannes-Busch-Hauses, Sanierung der Wehrmauer, Neugestaltung des Kirchgartens. Der Hort der Kita beschäftigt uns immer und ist uns auch eine Zukunftsaufgabe. Die Kita, wir hatten in der letzten Periode auch die zeitweilige Mitträgerschaft der Kita Dahlheim mit übernommen. Auch das war ein Thema bei uns. Wir wollen neue Mitarbeiter gewinnen, haupt- und ehrenamtlich. So wurde in unserer Amtszeit die Küsterstelle neu besetzt. Wir haben die Leitung des Familienzentrums neu finden müssen und neu besetzt. Wir hatten leider auch Zeiten, sogenannte Vakanzen, Zeiten, in denen kein Pfarrer hier zur Verfügung stand. Auch hier hat der Kirchenvorstand sich viel eingebracht, um auch die Gottesdienste und alle anderen Arbeiten aufrecht zu erhalten. Auch mit großer Unterstützung des Gemeindebüros. Die stille Hilfe, stille Not wurde neu aufgebaut. Das Familienzentrum wurde unter der neuen Leitung begleitet. Und aktuell beschäftigen uns natürlich die Corona-bedingten Anpassungen der Gottesdienste, des Gemeindelebens, der Kita. Die Kreation von Online-Formaten, dank an Lothar Püschel, der uns das eben ganz stark unterstützt. Auch da noch mal ein paar Bilder. Oben Johannes Buschhaus, unten Weermauer und Kirschgarten. Einfach um noch mal einen kurzen Eindruck zu haben. Da gibt es auch noch mehr Bilder auf der Homepage. Was uns aktuell noch bewegt, es wird auch da keine abschließende Liste sein. Auch neue Aufgaben werden uns wieder erreichen. Wir möchten gerne die offene Kirche hier wirklich etablieren, dass dieses Gebäude offen bleiben kann. Und auch außerhalb der Festzeiten und Gottesdienstzeiten ein Ort der Begegnung und der Andacht sein kann. Besuchsdienste. Wie begegnen wir den Menschen in unserer Gemeinde? Auch gerade die, die in Not sind, wollen wir weiter im Fokus behalten. Wir überlegen neue Gottesdienstformate. Auch das haben wir im Sommer schon gemacht. Mit den drei Sommergottesdiensten. Wir suchen nach neuen Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit mit dem CVHM. Wir möchten unser Familienzentrum und explizit auch in der Kooperation mit der Stadt weiterentwickeln. Und überhaupt die Förderung des Gemeindelebens, Angebote an die Gemeindeglieder zu machen, sind Themen, die uns immer wieder beschäftigen und auch, wie gesagt, weiterhin beschäftigen werden. Das würde ich jetzt nicht explizit mit reinbringen. Der aktuelle Kirchenvorstand ist so, wie er da ist. Wie gesagt, Herr Henning Krey, den Sie vielleicht von den Gottesdiensten schon her kennen, ist Dieter Meier, der hier im Bild ganz rechts steht, nachgefolgt. Und auf dem Foto hat damals leider der Felix Eitel gefehlt. Deswegen habe ich den nochmal nebendran gefügt. Soweit erstmal ein ganz kurzer Abriss dessen, was uns in den letzten Jahren beschäftigt hat. Wie gesagt, durchaus keine vollständige Liste. Aber dass Sie wenigstens mal einen kurzen Eindruck bekommen von dem, was wir so gemacht haben. In diesem Moment haben wir den Punkt Rückblick und Ausblick der Kirchenvorstandsarbeit geleistet. Wir würden jetzt gerne den vorläufigen Wahlvorschlag, den der Benennungsausschuss aufgestellt hat, mit den Kandidaten, die jetzt hier genannt sind, die Kollegen gut vorstellen. Ja, und dann der Hinweis nochmal, sobald es wieder möglich ist, laden wir noch gerne noch einmal zu einer öffentlichen Gemeindeversammlung ein. Wir möchten natürlich gerne mit allen in den Austausch kommen, jedem die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, die Kandidierenden direkt kennenzulernen, nicht nur in diesem Online-Format. Das würden wir gerne noch tun. Über die weiteren Termine für die Kirchenvorstandswahl würden wir über die Homepage informieren und auch im nächsten Gemeindeprief, sodass das alles auch schriftlich nochmal vorliegt. Das würde jetzt hier auch, glaube ich, fast zu weit führen. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Mein Name ist Sabine Bachmann-Pilz. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, bin zurzeit als Projektkoordinatorin bei einer Deutschen Großbank in Frankfurt angestellt und jetzt seit acht Jahren im Kirchenvorstand aktiv. Die letzten Jahre als Vorsitzende, daher werden mich einige wahrscheinlich, hoffentlich kennen. Ich bewerbe mich wieder um die Kandidatur, weil ich festgestellt habe, dass hier in dieser Gemeinde einfach sehr viel möglich ist, an dem ich noch mitgestalten möchte, was mir grundsätzlich Freude macht, mit den Kirchenvorstehern zusammen Themen zu erarbeiten, Dinge voranzubringen und wünsche auch Gottes Gelingen, dass das auch die nächsten Jahre gelingt und die Gemeinde weiter wächst und gedeiht. Das wäre mein Votum für den Kirchenvorstand. Schönen guten Tag. Mein Name ist Alexandra Behrendt. Ich bin 46 Jahre alt und verheiratet. Mein Beruf ist Feuerwehrbeamtin bei der Stadt Frankfurt am Main und ich bin seit einer Wahlperiode im Kirchenvorstand dabei. Im alten Kirchenvorstand hat mir immer sehr gefallen, dass wir gemeinsam zusammengearbeitet haben und auch ein gemeinsames Ziel hatten, unsere Kirchengemeinde. Wenn ich wiedergewählt werden würde, würde ich mich im Bereich offene Kirche, Bibelgarten, Musikausschuss und Bauausschuss engagieren wollen. Die konstruktive Zusammenarbeit und das Erreichte hat mich motiviert, erneut bei der Wahl anzutreten. Guten Tag, mein Name ist Madeleine Busch. Ich bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und seit diesem Jahr Großmutter von zwei kleinen Zwillingen. Seit vielen Jahren bin ich im Kirchenvorstand seit 1997 und habe in den letzten Jahren sehr aktiv die immer größerwährende Kita Morgenstern begleitet, was mir sehr viel Freude bereitet hat. In diesem Jahr kamen dann die Hygienedienste noch dazu, die immer wieder neu zu gestalten, zu organisieren waren. Im Hauptberuf bin ich Ärztin und dort auch viel beschäftigt, sodass es manchmal mehr Zeit und auch vielleicht zunehmend mehr Zeit dem Kirchenvorstand gewähren möchte. Das Wichtigste für mich in der Kirchengemeinde ist das Miteinander von evangelischen Christen mit einem hohen sozialen Anspruch, sowohl in der Altenarbeit als auch in der Jugendarbeit. Dafür möchte ich auch im nächsten Kirchenvorstand wieder eintreten. Mein Name ist Eva-Maria Günther. Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe drei erwachsene Kinder. Von meiner Ausbildung her bin ich Gemeindepädagogin, arbeite derzeit als Lehrerin an einer Grund- und Realschule Plus. Ich bin seit der letzten Periode im Kirchenvorstand tätig und muss sagen, diese Arbeit macht wirklich viel Spaß. Man kann viel gestalten und ich würde es gern weiter tun. Ich bin außerdem schon lange Zeit Prädikantin in unserer Kirche und deshalb liegt mir Gottesdienst und gottesdienstliche Arbeit besonders am Herzen. Mein Hauptanliegen ist eigentlich, ich würde es überschreiben, das geistliche Leben in unserer Gemeinde. Was mir Freude macht, sind Gottesdienste in anderer Form, anderer Gestalt vorzubereiten, sei es Weltgebetstag, sei es Gründonnerstag, Buß- und Betag, was auch immer. Mir sind wichtig, kleine Gruppen, die sich in der Gemeinde treffen, um Christsein zu praktizieren, seien es Hauskreise, Gebetsfrühstück, Formate in der Fastenzeit oder in der Adventszeit. Ich würde mich gerne in der nächsten Periode im Bereich offene Kirche mit engagieren und eben im Bereich geistliches Leben, wobei mir auch die Angebote für Kinder sehr am Herzen liegen, seien es Kinderbibeltage, Kinderkirchen, auch in verschiedener Form. Dazu sollten wir die Ökumene nicht aus dem Blick verlieren, auch das ist mir ein großes Anliegen. Ich bin Henning Krey, bin in konfessionsverbindender Ehe verheiratet, habe zwei Töchter, aus einer ersten Verbindung auch vier große, erwachsene Kinder, bin zweifacher Großvater und in diesem Jahr soll ich wohl noch ein drittes Mal Großvater werden. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich, ich hoffe, ich darf das hier sagen, auf der anderen Reihenseite, als Leiter einer Altenpflegeeinrichtung. Ich habe mich in den vergangenen Jahren schon engagiert in der Arbeit für den Kindergarten, auch im Diakonieausschuss und bin als Nachrücker in der letzten Legislaturperiode in den Kirchenvorstand eingezogen. Ich mache auch als Prädikant Gottesdienste in dieser Kirche und singe im Martinschor mit und damit sind so im Wesentlichen auch die Schwerpunkte umrissen, die ich sehe und die ich auch in der nächsten Legislaturperiode gerne mitgestalten würde, wenn mir das entsprechende Vertrauen ausgesprochen wird. Schwerpunkt der Arbeit sehe ich in erster Linie darin, die Arbeit des Familienzentrums weiter zu sichern, indem wir nach Möglichkeit da eine gesicherte finanzielle Versorgung auf die Füße stellen können. Und das Gleiche in der Kindergartenarbeit, das denke ich, wird in Richtung gemeindeübergreifende Trägerschaft gehen, da würde ich mich auch gerne weiter für engagieren. Und die kirchenmusikalische Arbeit, die liegt mir am Herzen, das würde ich gerne auch ein bisschen noch vorantreiben, was wir in Sachen Kirchenmusik hier in Nierstein noch ein bisschen schöner, noch schöner als bisher machen können. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Monika Meier. Ich bin 65 Jahre alt, lebe jetzt seit mehr als 40 Jahren hier in Nierstein, habe zwei erwachsene Kinder, einen Sohn, eine Tochter und bin mit großer Freude auch zweifache Großmutter. In meinem beruflichen Leben war ich ursprünglich Zahnarzthelferin, habe aber in den letzten 15 Jahren meines Berufslebens als Sekretärin in zwei unterschiedlichen Banken in Mainz gearbeitet. Jetzt allerdings seit vier Jahren Rentnerin. 2015 habe ich zum ersten Mal für den Kirchenvorstand kandidiert und damals hatte ich als Schwerpunkt Gestaltung lebendigen Gemeindelebens und Gottesdienstgestaltung genannt. Und durch das entstandene Projekt Offene Kirche sind das auch weiterhin meine Schwerpunkte oder da würde ich auch weiterhin gerne meine Schwerpunkte setzen. Menschen mit Kirche in Verbindung zu bringen, Kirche im Alltag zu erleben und erlebbar zu machen, das ist mir ein Anliegen und dafür möchte ich mich auch gerne, falls ich wiedergewählt werde, einsetzen. Vielen Dank. Mein Name ist Otto Schätzl, ich bin 68 Jahre alt, Beamter im Ruhestand, war Leiter der Weinbauschule in Oppenheim, verheiratet, drei Kinder, vier Enkel und bin jetzt seit einer Periode im Vorstand dieser Evangelischen Kirche in Lierstein. Meine Engagements waren vor allen Dingen in Richtung Ökumene. Wir haben das Thema Forum Ökumene eingerichtet. Des Weiteren lag mir sehr viel an der Gestaltung, Neugestaltung hier des Kirchgartens mit der Einrichtung eines Bibelgartens, der Wiederherstellung der Wehrmauer und damit einem historischen Denkmal in Lierstein. Ich möchte mich einsetzen für das christliche Leben hier in der Gemeinde, sowohl bei den Katholiken wie auch bei unserer Kirche, eine Annäherung des christlichen Lebens, alle Möglichkeiten zu nutzen, die das christliche Leben ermöglichen, ermöglichen, dass man Mut hat, sich als Christ zu outen in unserer Gemeinde, im Beruf, im Privatleben, dass man die Jugend und auch die jungen Familien mehr impulsiert, sich am christlichen Leben zu beteiligen. Dazu bietet dieser Bibelgarten mit neuen Formen des Gottesdienstes viele Möglichkeiten. Ich bin großer Anhänger der offenen Kirche, dass man allen Besuchern hier von Lierstein diesen Besuch hier in dem Gotteshaus ermöglicht, auch die Nutzung der Anlage. Und ich würde mich freuen, wenn ich weitere Jahre im Kirchenvorstand in dieser Weise aktiv mitarbeiten dürfte und würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme geben. Herzlichen Dank. Mein Name ist Bärbel Schmidt. Ich bin 61 Jahre alt. Ich habe zwei erwachsene Töchter, die nicht mehr zu Hause wohnen. Beruflich unterrichte ich Querflöte in der Musikschule Kirche Ambulanten, und zwar in Teilzeit. In den vergangenen Jahren habe ich mich schon im Ökumene-Ausschuss eingebracht, und die Ökumene ist auch überhaupt ein Feld, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe zusammen mit Otto Schätzl die Reihe Forum Ökumene, das im Wesentlichen eine Vortragsreihe ist, wo theologische Themen, aber auch gesellschaftspolitische Fragen erörtert werden sollen. Das haben wir praktisch auf den Weg gebracht, und in dem Bereich würde ich mich auch gerne weiterhin einsetzen. Ich habe vorher noch nicht im Kirchenvorstand gearbeitet, aber ich würde das gerne tun, mich einbringen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich zusätzlich noch im Musikausschuss mitarbeite, weil einfach die Musik mir auch eine Herzensangelegenheit ist. Vielen Dank. Guten Morgen, mein Name ist Angelika Schmidt. Ich bin 63 Jahre alt und wohne seit 39 Jahren hier in Nierstein mit meinem Mann. Wir haben drei erwachsene Kinder, und seit neuestem bin ich Oma. Ich bin Hausfrau, gärtnere gerne in meinem Garten und helfe meinem Mann in den Weinbergen, den drei Kleinen, die wir haben. Unsere Kirchengemeinde liegt mir sehr am Herzen, weil das so ein bisschen Heimat auch für mich ist. Und wo Gottes Wort lebendig wird und wo man sich als Junge und Alter auch austauschen kann. Deswegen möchte ich auch gerne wieder mich im Kirchenvorstand einbringen. In den letzten zwölf Jahren war ich mit im Gottesdienstausschuss, um neue Ideen auf den Weg zu bringen. Wir haben, oder ich habe mit zwei Freundinnen zusammen den Altarschmuck gestaltet. Wir haben an Erntedank die Kirche gestaltet, jetzt an Weihnachten den Baum geschmückt, wozu wir auch immer wieder neue Leute brauchen können. Als neues Projekt haben wir ja den Kirchgarten. Da ich ja gerne Gärtner bin, möchte ich mich da gerne auch ein bisschen einbringen. Und da gibt es ein Team, Freunde des Kirchgartens. Wer noch Interesse hat, darf gerne noch dazustoßen und Ideen auch einbringen. Weiterhin bin ich ein bisschen Teilzeitküster. Ich bin bei Schulgottesdiensten, Kindergartengottesdiensten dabei und begleite Trauungen als Küsterin. Das macht mir sehr viel Freude und gerade auch im Kindergarten und in der Schule bin ich immer erstaunt, was da alles passiert in diesen Gottesdiensten, wo viele andere von nicht viel mitkriegen. Was mir immer gut gefallen hat, war das Miteinander im Kirchenvorstand, im KV. Und von daher hätte ich Lust, noch mal eine Periode weiterzumachen. Guten Tag, mein Name ist Bernd Ziese, bin 36 Jahre alt, wohne in Nierstein, bin verheiratet, habe zwei Kinder, arbeite als Greenkeeper in Hessen, bin Neukandidat für den Kirchenvorstand und meine Hauptinteressen wäre die Kinder-Morgenstern. Vielen Dank. Dankeschön an dieser Stelle für die Vorstellung, für euer Einbringen, für den Wunsch nach Engagement für diese Gemeinde. Die beiden Kandidaten, die wir schon gewonnen haben, die heute nicht hier sein können, reichen wir dann nach. Die werden wir dann sozusagen privat besuchen und für die Kandidatenkür hier nochmal präsentieren. Ich wünsche allen ein gesegnetes Wochenende, gutes Gelingen. Und im Übrigen, ich kriege noch einen Hinweis, wir haben, weil wir ja jetzt keine Gottesdienste feiern konnten, über Weihnachten den Jahreswechsel, uns entschlossen, einen Brief, einen Segensgruß mit der Jahreslosung an alle Haushalte zu verteilen. Wir haben ein kurzes Grußwort dran, es ist die Jahreslosung abgebildet, Frau Rindberg hat einen Text dazu geschrieben, er wird in alle Haushalte verteilt und ich wünsche allen auch damit verbunden Gottes Segen für dieses neue Jahr. Und in der Hoffnung, dass uns Corona nicht mehr so bestimmt, weil es, wie Sie sich denken können, auch unsere Arbeit hier extrem beeinflusst hat. Viele Dinge, die wir machen wollten, wo wir Ideen hatten, die wir dann doch wieder absagen mussten. Man sehe schon jetzt im Gemeindeprief, die Allianz Gebetswoche ist angesagt. So wie sie geplant war, wird sie sicher nicht stattfinden und viele andere Sachen vielleicht auch nicht. Aber wir bleiben dran, im Interesse von uns allen. Gutes.